Hallo, mein Name ist Matthias Steiner, Olympiasieger und Weltmeister im Gewichtheben. Die meisten kennen mich noch mit einem Körpergewicht von ungefähr 150 kg bei meinem Olympiasieg 2008 in Peking. Damals war ich stärkster Mann der Welt. Allerdings, nach dem Ende meiner Profisportkarriere brauchte ich diese Körpermasse nicht mehr und habe innerhalb eines guten Jahres 45 kg abgespeckt. Das Ganze ohne Diät und ohne je zu hungern. Hallo und ich bin Inge Steiner, Moderatorin und Mama von zwei Jungs. Ich sehe vielleicht sportlich aus, bin aber extrem sportfaul und auch schon eine reifere Tomate mit meinen 46 Jahren. Du siehst also, man muss kein ehemaliger Leistungssportler sein, um sich wohl in seiner Haut zu fühlen. Es reicht vollkommen, wenn man nach dem Steiner-Prinzip lebt. Du willst etwas in deinem Leben verändern und dich wieder rund um wohl in deiner Haut fühlen? Dann bist du hier bei uns genau richtig. In den kommenden zwölf Wochen zeigen wir dir nicht nur, wie du abnimmst, sondern wie du auch wieder spielerische Bewegungen in den Alltag bringst und dich etwas bewusster ernährst. Ich selbst habe ja 45 kg abgenommen. Vielleicht möchtest du nur 5 oder 10 kg abnehmen. Mit dem Steiner-Prinzip schaffst du das. Wie ist die Beziehungssportler?